Henriette Arndt – Menschen, die den Pfad verloren Erlebnisse aus meiner fünfjährigen Tätigkeit als Polizeiassistentin in Stuttgart Stuttgart 1907 Meine Anstellung am Stadtpolizeiamt in Stuttgart als erste Polizeiassistentin in Deutschland erfolgte am 1. Februar 1903. Die damit übernommenen Pflichten erstreckten sich hauptsächlich auf die Überwachung der am Stadtpolizeiamt Stuttgart eingelieferten weiblichen Gefangenen sowie auf die Fürsorge für sie nach ihrer Entlassung. Mit welchen unendlich großen Schwierigkeiten eine derartige Tätigkeit häufig verknüpft ist, können nur die ermessen, welche selbst in dieser Arbeit stehen. Bei dieser Art der Fürsorge ist besonders die Beobachtung zu machen, aus wie unsäglich kleinen Anlässen heraus die erste Verfehlung eines Menschen häufig erfolgt. Kaum kann man von einer Schuld sprechen, aber die betretene Bahn ist abschüssig. Und je tiefer jemand auf ihr abwärts gleitet, desto schwerer ist es, ihm aus der Tiefe wieder emporzuhelfen. Diese Hilfe aber muss erfolgen. Es ist die Pflicht der menschlichen Gesellschaft, die Schuldiggewordenen wieder aufzurichten und ihnen die Möglichkeit, ein neues, geordnetes Leben zu beginnen, zu eröffnen. Es wird mir hoffentlich nicht als Anpreisung meiner eigenen Tätigkeit ausgelegt werden, wenn ich den Wunsch ausspreche, dass die Stellung einer Polizeiassistentin, wie ich sie in Stuttgart bekleide, auch anderwärts wenigstens in allen größeren Städten geschaffen werden möge. Der Frauenwelt wird mit diesem Beruf ein neues und weites Arbeitsfeld erschlossen. Es muss das einmütige Bestreben aller von Liebe und Erkenntnis erfüllten Menschen sein, einen Zustand herbeizuführen, in dem die menschliche Gesellschaft von der Anklage mangelhafter Pflichterfüllung restlos freizusprechen ist. Und wo über Schwache und Verirrte nicht mehr von oben herab pharisäerhaft der Stab gebrochen wird, sondern wo die auch in ihnen schlummernde menschliche Würde geachtet wird. und ihre Persönlichkeit in den Kreis der übrigen Menschheit als gleichwertige und gleichberechtigte Glieder zurückgeführt werden können.